in diesem video möchte ich euch den duplizieren glitsch zeigen nach dem patch leute und zwar kam es bei dem alten glitsch vor dass ihr die goldenen etha werkzeuge nicht exfiltrieren konntet also ihr hattet die am ende des matches nicht mehr im rucksack und hier gibt es jetzt ein fix und ich zeige euch jetzt wie ihr das machen müsst aber leute vorher möchte ich einmal sagen dass wenn dieses video 50 likes erreicht werde ich wieder ein livestream starten in dem ich euch kostenlos den regernbauplan droppen werde kommen wir nun zum video ihr nehmt erst mal alles mit was ihr duplizieren wollt als nächstes kauft euch einen grabstein für 2000 punkte wenn ihr den grabstein dann habt dann bringt euch um hier könnt ihr auch einfach aufgeben gedrückt halten leute und wenn ihr dann ausgeblutet seid dann müsst ihr einfach das spiel verlassen wenn ihr eine neue runde sucht dann wird euer grabstein dort sein wo ihr letzte runde gestorben seid da nehmt ihr dann die sachen einmal raus leute mein rucksack ist voll darum tausche ich jetzt ein paar sachen gegen andere sachen aus und dann müsst ihr zu einer speziellen exfiltration das sind diese leute die in der story bekommt es gibt ja einmal hier mit besieger den zakayev und mit doktor jansen und zu so einem heli müsst ihr dann gehen wenn ihr dann in diesem heli seid leute da müsst ihr den timer abwarten bis der helikopter hoch fliegt und euer bildschirm dann schwarz wird und sobald euer bildschirm dann schwarz geworden ist könnt ihr die anwendung schließen auf pc einfach dann task manager app schließen oder alt f4 und wenn ihr das spiel wieder startet habt ihr die ganzen sachen im rucksack und um die ins lager zu packen müsst ihr einfach auf tauschen drücken und mit irgendeiner belohnung austauschen oder irgend etwas anderes herstellen leute ich kann gerade nichts mehr herstellen ich habe überall einen cooldown aber falls ihr das im lager packen wollt wie gesagt entweder gegen eine belohnung austauschen oder ihr drückt auf tauschen und dann auf fertigungspläne und tauscht es zb gegen perks oder was auch immer aber bei mir ist halt alles zu weil ich überall einen cooldown drin habe bei mir ging das vorher mit dem normalen exfiltrieren nicht mehr weil dann konnte ich die goldenen schlüssel nicht mit rausnehmen und bei vielen anderen war das wohl auch so aber mit dieser methode könnt ihr auch die goldenen schlüssel mit rausnehmen wenn ihr dann eine neue runde sucht dann wird euer grabstein dort erscheinen wo ihn als erstes dann gemacht habt leute und wenn ich schon vorher euren rucksack geleert habt dann könnt ihr wieder zu eurem grabstein gehen die ganzen sachen nehmen wieder zu diesem speziellen exfiltrations punkt und dann das ganze wiederholen das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir in die kommentare und falls ihr in zukunft nichts mehr verpassen wollt könnt ihr gerne ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren damit ihr immer auf den neuesten stand bleibt und in zukunft nichts mehr verpasst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao